Es nimmt auch dasselbe Farbschema wie ich halt. Langsam ist auch mal gut. Oh, muss da jemand weinen? Ne, aber ich finde, man muss da auch noch halbwegs... Weißt du, so hat das Wiedererkennungswert, wenn die Leute immer halbwegs mehr derselben Farbe beim selben Charakter spielen. Also ich habe immer die Namen eingeblendet, von daher ist das kein Problem. Oh, abwärts mal. Ich meine, weißt du, wie lange spiele ich jetzt schon Cassidy mit dem verdammten Farbschema hier? Der Rest von euch wird irgendeinem anderen. Oder bei mir ist es brennt immer grün. Aua. Oh shit. Oh Gott. Aua. Ich schläg keine Frau aus der Sicht. Und immer nur Frau. Dann ist es wieder... Wow! Scheiße, fast nicht gesehen, ey. Die Mine ist sehr mies. Nur wenn man reinläuft. Mein Hilf. Alter, das war der First Strike? Scheiße, was machen wir denn hier? Und das ist wieder aussiehtlich. Wow, was kommst du hier runter jetzt zwischen der Scheiß-Attack? Ich stehe auf das Ding. Ich damit rechne nie jemand. Alter Alter Aua Oah! Aua! Der Arsch! Scheiße! Ah, du musst zu gehen, das ist ein guter Move! Aua! Geh doch mal weg von mir, ey! Aaaaah! Scheiße! Oho! Shit! Was? Unverdient! Unverdient! Oho! Alter, was ist los mit dir? Aua! Scheiße! Ah! Mein Giss! Hör mal meine Fresse! Wie mich zu ihm rüber passen will, zu kleine Ratte! Nein! Es kann nicht sein! Oho! Ganz knapp noch gewonnen! Oho! Alter! Oh, schönes Ding, ey! Alter!